Ich will mal was probieren. Sorry, ganz schnell muss ich was gucken hier. Hab ich den Shader drin? Nee. Mir ist grad aufgefallen, dass ich weniger... Ein... Ich... Mich... Dingster habe. M-m-m-m... Ich bin gest... Nimm mal, als ich rufe. Es geht nicht mehr. Als ich erwartet habe. Ach so, ja. Ich weiß nicht, worum es ging, aber ja. Äh, soweit ich muss ganz noch was gucken, ich bin dann wieder da. Hä? Also in-game meine ich. So. Geht das oder geht das nicht? Ich weiß es nicht. Ich will den gleich herausfinden. So, schließen, schließen. Läuft er hier? Ob der... Ob der Seos Shader geht? Alter, nein, es läuft. Oh, sieht so geil aus. Wir versuchen mal ein bisschen mit dem Seos Shader zu spielen. Alter, Performance. Es läuft. Nice, krass. So, okay. Also diese Optifine-Einstellungen. Wenn das... Wenn der AC Gaming das sieht. Hallo, ich habe das anhand deines Videos gemacht. Boah, ich habe auch gerade diese Fliege gehört. Ja, ne? Sag ich doch, die hat es in sich. Was? Ich dachte jetzt, ich gerade mein Ohr... Eigentlich... Ja, genau, ne? Genauso. Wir haben ja auch gleich den Kopf vorbereitet. Dann macht das ja Sinn. Ach, egal. Sieht so geil aus wie ein Bescheid, ne? Aber stimmt, das war für Bug, das ist mir egal. Wado, wado. Ciao. Rufen, wenn du Musikbord willst, sag Bescheid, ne? Ja, ich höre gerade die epische Endkampfmusik. Was wollte ich jetzt? Okay. Oh, die ist so episch. Wann ist die Birne eigentlich reif? Ist die reif? Ah, keine Ahnung. Wenn du rechtlich drauf machen kannst, dann ist sie reif. Okay, gut, dann ist sie nicht reif. Ja, hoffen, es ist okay, wenn du einen Zweierweg machst. Das sieht ja nicht so krass majestätisch übertrieben aus, das ist gut. Herr Rufen, willst du diesen Baum unbedingt behalten als Wegrandmarkierung oder darf ich ihn fällen? Sagst du fällen? Kannst du auch einfach wieder nachpflanzen. Okay. Ja, ja. Könnte sein kann... Also ich geb dir mal Setzlinge. Ich hab auch welche, aber die Problem ist... Die... Die Problem ist, die wachsen halt noch nicht. Oh. Das dauert halt ein bisschen, bis die mehr... Sehr schön, Herbert. Kommst klar da hinten bei dir in deinem Loft? Ja, ja. Sehr gut. Ich glaub das wird sogar echt gut. Nice. Der freut mir. Warte, ich mein gleich die Dinger noch mit hier. Zack. Hä? Boah, Konrad. Ich würde so sehr einen Insplay von diesem Spiel sehen. Also von Zelda. Mich? Ja. Ja, du kannst mir deine Switch leihen. Welche Reaktion? Ja. Ich hab übrigens immer noch nicht... Ich hab nicht einmal eine Switch in der Hand gehabt. Das kann eigentlich auch gar nicht sein. So, dann komm mal zu mir. Ja, das Problem ist halt auch, dass die bei Media... äh bei Saturn... in der Stadt gerade alles umräumen. Deswegen... Ja, das für Kacke hier rum da alles umräumen. Hast du das gesehen? Ja, bei den Smartphones, ne? Die haben die halbe Halle abgesperrt. Und du kamst ja an die Smartphones ran, dann musstest du über den Tisch rübergreifen und sind fast eins runtergeflogen. Das war echt scheiße. Also du kommst nur an die eine Seite von dieser Reihe ran, weißt du? Und du wolltest rübergreifen, was gucken? Ja. Naja, wie fast ein... Warum back ich die ganze Zeit rum? Naja, egal. Ey, hör auf! Ui, aus! Ey! Hallo! Hörst du? Kommst klar? Aber das Spiel hat sehr viel epische Musik, die du auch mögen möchtest. Ja. Ja, ich... Eigentlich würde ich dir gerne total viel davon erzählen, aber... Vom Spiel oder von... Ja, vom Spiel. Okay. Also ich glaube nicht, dass du mir damit spoilern wirst, ich glaube ich werde das nicht spielen. Nee. Was ist denn das? Auf gar keinen Fall. Es gibt nur eine einzige Sache, die man leicht übersehen kann. Darauf würde ich dich gerne hinweisen, aber dann... Da spielt es ja auch darauf ausgelegt, dass du halt Sachen selbst findest. Ja. Was ist total stolz, wenn du irgendwelche komischen Sachen findest, ohne Hilfe. Ja. Ich merke gerade, dass mein... Mein Balkon in mein... In mein Dach von meinem Aufgang da übergeht. Ich glaube nicht, dass das so geil ist, aber egal. Aber weißt du, was das Interessante an dem Spiel ist? Na? Theoretisch kannst du fast alles übersehen. Wenn du dich halt dumm anstellst. Okay. Und du hast es geschafft. Also ich habe auch ein paar Sachen gesehen, aber die... Kann man... Kann man das... Kann man das theoretisch komplett durchspielen? Geht das? Ja, es geht. Okay. Also es gibt halt die Optionsziele. Ja. Dann gibt es so Schreine von denen, 120 existiert. Die kann man, wenn man ein bisschen sucht, alle finden. Mhm. Aber dann gibt es so eine Samen, die auf der Welt verteilt sind. Mhm. Und es gibt 900 Stück davon. Oh Gott. Und die Welt ist ja auch nicht gerade klein, ne? Nein. Ich habe erst 90 von denen gefunden, also. Oh Gott. Und du hast sicherlich auch schon eine Weile gespielt, wie ich kenne. Ja. Aber so wichtig sind die eigentlich gar nicht. Ja. 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 Wie ist das denn, Mucke? Du hast noch mal Erfolgserlebnisse bei dir da? Ja. Was wollte ich jetzt holen? Ach, danke. Sieht zwar arrogant deinerseits aus, aber. Ja, wo ist es gebaut? Autsch. Ist echt so. Bin ich ja gewohnt. Ähm. Ich muss hier den Garten, der hier steht, abbauen. Ey, warte. Warte, warte. Du musst ihn nicht abbauen. Du kannst ihn rechtsklicken. Dann nimmst du den mit. Aber ich kann ihn mal selber holen. Warte, nimm ihn mal mit, Ruben. Äh. Wie rechtsklicken. Na, rechtsklicken. Ja. Jetzt hast du ihn aufgenommen. Ach so. Jetzt habe ich den Block gesetzt. Wollte ich also auch rechtsklicken. Also einfach so. Warte, ich gebe dir immer das Zeug. Was? Hast du linksgeklickt? Super. Ruben, ne? Also rechts ist rechts, ne? Ja. Das hat mir mein Fluglehrer auch immer. Ja. Das ist aber auch wirklich schwer. So. Ja, wovon sagen. Das ist echt. Jetzt ist doch dunkel in meinem Haus. Ist ja ätzend. So, was ist das? Stängelgarten. Ach so, das kann natürlich. So, die retten heute den Chili. Ach fuck, ich kann. Ich sehe ja gar nichts hier wegen dem. Wegen dem Shader. Oh, das ist ja mies. Äh, Conant, das ist zumindest bei den Äpfeln so. Von diesen Bäumen. Die haben dann so einen leicht, äh, so einen gelben Schimmer halt. Das ist dann so. Das bin ja richtig so wie im Märchen Reif sind. Also wenn die Reif sozusagen, ne? Okay. Ja. Die sind halt so richtig riesig halt auch. Okay. Bei Bönen. Ich hab leider keinen Bönenbaum. Ich weiß nicht. Hatte ich mal irgendwo einen Bönenbaum? Hier steht auch ein Apfelbömer. Der wechsel irgendwie nicht. Also im Bönenbaum war ich wie gesagt gepflanzt gerade. Also nicht gerade, aber vorhin. Ich hab leider nicht mehr Haus, weil ich bin und Soundkopf ein bisschen gemacht hat, mach ich mal Minecraft, äh, ne, hier. Warte. Schleuch. Äh, chunk. Und was du auch noch dann machen kannst, ne? Mein Factory. Weil, mein Factory macht ja immer mal. Irgendwie so geile, so ne, so ne, so ne geile Wegbeleuchtung und so, weißt du? Bist du noch da eigentlich rum? Ja. Ja, ich bin noch da. Ähm, verrottetes Fleisch. Toll mehr. Nein. So, ich guck mal auf, vielleicht jetzt schon was passiert ist hier mit den Böhnchen. Komm mal da rein. Böhnchen. Okay. Birne. Noch nicht reif. Ich komm gleich auch mal in die Musikbote rein. Okay. Ah, ja. Dann erstell ich den jetzt schon mal. Muss ich mir noch fix was umstellen. Sag mal, was hab ich denn da läuft, oder? Dann muss ich, glaube ich, noch ein Blöken. Ja. Ähm. Also. Wie war das? Ich hab das alles umgestellt hier. Ne. Preferences. Output. Hab ich jetzt das geholt, was ich wollte? Ne, hab ich nicht. Fand ich gut. Sehr schön, Herbert, ey. Warte mal. Virtual Cable. Obwohl, ne, ich mach das mal anders. Es kann sein, dass ihr dann meine Minecraft In-Game-Sound hört. Wenn das stört, müsst ihr sagen. Ist das umgestellt hier? Aber eigentlich, das ist ja nicht mega laut. Ich... Hm. So, ich hab's gleich. Aber ich glaub, das kann schon recht irritierend werden. Ja, das... Wie gesagt, wir probieren das erst mal aus. Ah, hier ist ein Greatwood-Ding. So, der ist jetzt auf jeden Fall schon da. Oh, ich hab mich doppelt. Er ist doppelt? Ach, okay. Ja. Ja? Ich hab mich, hab ich... Ja, ich hab... Ja, ich hab auch Ruben doppelt. Achso, hab ich den falschen, hab ich den falschen genommen. Warte, warte, kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Warum kannst du nicht einfach den alten nehmen, den ganz normalen? So, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt hört die Musik. Echo. Hm, ja. Okay. Habt ihr die Tür gehört? Ich komm noch mal rein. Na ja, ich hör die Tür, ja. Ja, hörste, ne? Ja, gut, dann check das um. Dann muss ich mal was umstellen, okay. Ja, sorry, dann... Dann... Kleinen Moment. Ach, was ist das? Benutzereinstellungen, Audio, Eingabegerät. Ah, der Musikbord hat auch so. Ja? Ja, gut, ich... Ich... Ich lad auch grad noch was hoch. Das kann natürlich daran liegen. Du musst jetzt auch nochmal... Kannst du nicht einfach den ganz normalen Musikbord machen? Wie den ganz normalen? Schon immer hatten. Ja, das mach ich doch jetzt grad. Ich muss das... Das ist genau das... Das ist wie sonst auch. Ich hab nur halt einen anderen Audio-Kanal jetzt gewählt. Und... So, das hat sich grundsätzlich nicht verändert. Ähm... Habt ihr jetzt eingestellt, dass die Blöcke... Dass die Baumschäme eigentlich rund sind? Äh, F8 und dann... Round... Irgendwas mit Round Locks oder so. Okay, gut. Was? Unknown Error Code. Ach... Oh nein, bitte nicht. Wieso geht das nicht? Round Locks. Falls, ne? Ja, ja. False. Genau. Und dann auf... Fertig. Also musst du noch speichern. Okay, ja. Hab's gesehen. Alles gut. Ist wieder normal. Augs Output. Piep piep. Sieht aber auch bisschen hässlich aus, ne? Hör dir was schon, ne, ne? Nein, nö. Ja, auch nix. Warte, warte, warte. Und man ist... Ich muss... Ich bin ja dieser... Dieser Skelett-Typ. Geh weg! Ich glaube, ich bin... Ich bin immer die Hälfte, wenn ich... Ich bin immer nur ein Menü, weil ich irgendwas umstelle. Alter. Okay. Error. Wieso Error? Ist ja auch noch ne Hexe, ey. Ich geb Hexe. Nein! Oh. Shit. Es hackt richtig grad. Alles klar, was ist das? Ja, hackt das doll. Ja, wie gesagt, ich lad noch was hoch hier grade. Ich lad noch Battlefield-Folgen hoch. Oh Gott. Nervt das ja, ne? Gott, ich glaube, ich sterbe gleich. Ich hab ein HP. Ein halbes. Wir machen das ganz anders. Tschüss. Heute hab ich mir noch ein halbes Herz. Ich bin gleich wieder da. Ich muss ganz kurz was einstellen. Es tut mir leid. Äh... Wo hab ich das da? Glockleife. So. Jetzt war ich nämlich Trick 17, Alter. Haltet euch fest. Oh Gott. Dafür hab ich den Scheiß ja hier eingestellt. So. Ah. Bam. Wird bisschen laut jetzt. Hallo, kommt er? Ach, darf der nicht rein? Nein, 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 nein. Ähm. Was? Stone-Slapper. Ich wollte jetzt diesen Bot hier rein. Und da war der ist ja gar nicht mehr da. Ähm. Was der? Ich weiß nicht, wie der hieß. Fuck. Der ist ja gar nicht mehr auf dem Server drauf. Warum das denn? Was? Der ist nicht mehr auf dem Server drauf. Der eine Bot, ja. Der Musik-Bot. Fred-Boat hieß der. Och. Jetzt muss ich hier Fred-Boat nochmal rauffohlen. So. Scheiße, Fred-Boat. So. Sag mal nicht. Habe ich das gerade gesagt? Was habe ich gesagt? Scheiße. Okay. Du hast Fred-Boat gesagt. Das ist ja gar nicht der Bot, den ich haben wollte. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Welchen jetzt hier. Oh, da ist immer noch kein Glas hier drin. Ich mach aber auch nichts. So. Wollen wir jetzt die Blätter hier? So. Ah. Ah, Spinne. So. Ah, das kann auch meine eigene Musiker. Ich weiß, ja. Ich glaube, ich glaube, ich muss jetzt nach dem Bot suchen, welchen er hat. Ich glaube, das dauert jetzt nicht so lange hier. Das ist blöd. Ja, mal das. So. Ja. Ich habe keine Verbesserung in deinem Haus. Ja. Willst du den Stein da... Die Topplatte brauchen wir nicht. Ja. Ja, ja, ich weiß. Oh, das ist die Spinne. Warte. Hier ist dein Zeug. Danke. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich bin voll rausgerissen. Holz wollte ich, glaube ich, sammeln, ne? Ist nachts. Ja. Ruf, du kannst oben mit mir in mein Bett steigen. Ich hab nämlich zwei. Herbert, bist du bei dir? Hast du bei dir irgendwo ein Bett? Ja, ja. Ich hab irgendwie überall bei mir ein Bett. Okay. Also, ich hoffe mal, dass man da zu zweit drin pennen kann. Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber... müsste eigentlich klappen. Das sieht, ehrlich gesagt, nicht sehr komfortabel aus. Ne. Pfff. Sieht aus wie so'n... Wie so'n... Ih, ist das hier eine Spinne im Bett? Uah! Wie alt ist das eigentlich? Ruf, ich hab meine Hose nicht angehabt. Oh Gott. Was war das für'n Geräusch? Was? Von mir? Nein. Hä? Sei mal kurz leise grad. Oh, hier ist ein Zombie-Pferd. Was? Süß. Das ist ein Skelett-Pferd. Das tut mir alles entdeckst. Ist mein Handy wieder am Pferd am Piepen, oder? Das Handy, ja. Pfff. Okay. Das ist unmünstig. So. Ich hab grad von meinem Management erfahren, dass ich mal den Anrufbeantworter abhören soll. Das heißt, ich muss gleich mal aufstehen und zum Telefon gehen. Nein, nein, nein. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich soll jedenfalls den Anrufbeantworter gleich mal abholen. Sorry. Haben wir eigentlich die Map noch? Welche Map? Die... Ja, ich glaub schon. Ich hab alle Maps noch. Also alles noch gespeichert. Die Server. Nein, im Internet. Ach, die Map. Ja, müsst ihr da ein. Die ist, glaub ich, sogar in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, die ist da. Die ist da. So. Ich geh nochmal auf Exkurs und ruf den Anrufbeantworter ab. Ich bin gleich wieder da. Sorry. Wir sind heute nur am Wandern. Oh. 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 Was ist denn? Ich habe schon weggesetzt. Jetzt. Einigermaßen. Jetzt. Ich geh... Ich geh... Es geht langsam mit Steinen aus. Fuck. Was? Ich muss morgen einen Vortrag über ähm... ...über die Wirtschaft Ozeaniens machen. Echt, ich muss morgen mal ein Referat über Tinnitus halten. Oh. Wollen wir tauschen? Ja. Das hab ich grad aufgezogen. Kriegst du eine Note auf deins? Bitte? Kriegst du eine Note auf deinen Vortrag? Ja. Okay. Aber ich weiß auch nicht, was Tinnitus mit der Grafie zu tun haben soll, aber... Ja, voll, stimmt. Ja, find ich nicht schlecht, muss ich sagen. Und ich, Idiot, hab den ganzen Weg mit dem falschen Block. Find ich ehrlich gesagt echt nicht schlecht. Okay, positiv. Positiv ist nur den halben, aber... Ich hab zu wenig Steine. So, wieder da. Magie in der Fresse. Hast du irgendwelche Vorträge gehalten, Konrad? Vorträge? Nee, letzte Woche, aber zwei. Aber die hab ich jetzt halt fertig. Ich hab ja Schreibung in der Tanklassenarbeit. Cool. Wir haben grad über Vorträge geredet. Ich muss über... Ich muss morgen einen Vortrag über Ozeanien machen. Nein, über die Wirtschaft. Ich muss morgen ein Referat... Tinnitus. Tinnitus. Ach, ich hab dich schon fast erzählt. Aber erzählst du mir nicht so eine Sache, Herbert. Ich weiß es nicht. Wann hab ich dir das überhaupt erzählt? Weiß ich nicht. Ich glaub, da ging's um Sozialpraktikum oder sowas. Dann sind wir von... Ach so. Von... Vom einen ins nächste gekommen, glaub ich. Oh. Oh. Das ist lustig, Konrad. Stell dich mal hier hin, wo ich bin und guck in den Himmel. Warte. Ich da. Was machst du eigentlich in meinem Haus? Was? Ich war mit einem Baum. Mach das gleiche mal, wenn ich über sich mache. Ich guck in den Himmel. Die Wolken sind schnell oder was? Nee. Nein. Mir verändert sich die Wolkenfarbe. Oh, da ist grad ein Baum gewachsen. Nee, bei mir... Ach, weil du ein... Weil du ein Schäler drin hast. Ja. Sorry. Diesmal... Diesmal hast du darauf hingewiesen. Diesmal hab ich nicht gesagt. Oh, wie sieht das schön aus. Oh, ist das toll. Oh, das ist ja toll hier. Ja, da ist ein Endermen in meinem Haus. Ja? Ah! Ja. Ja, ich wollte sie sich meine Bücher angucken. Aber Endermen sind eigentlich voll cool, wenn man sich nicht... Ja. Oh Gott, ich hab ihn angestarrt. Ah! Waaah! 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 So, komm jetzt hier wieder auf. Da. War nicht. Noch! Okay. 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 So, und jetzt einmal... Zack, bumm! Und weg! Den Stissel. Ach, guck mal, schon ein Baum gewachsen. Nice. Oh, da ritt ich richtig big hier. Und habe einen wunderbaren Raum. Alter! So, zack. Also, so gut habe ich noch nicht gebaut. Na? Okay, dann. So, aber es hat man lange nicht gesehen. So, Akazien. Ich habe noch Taten. Hier, bitteschön. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall gleich mal umrollen. Danke. So, Akazien. Wachsit! Ne, brauchst du nicht. Brauchst du mir nicht geben, ich habe genug. Jetzt Länge. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viele. Das reicht. Kann ich mir jetzt alle meine... Huh? Ne, alles gut. Ach, ich muss nur noch Glas brennen, ne? Ah. Brauchst du. Brauchst du. Brauchst du.